genau klatscheile beifall für den neuen held von oakvale und da bin ich wieder euer jadi und spiel mit euch fabel anniversary und wir machen uns jetzt auf den weg nach bauersto denn da wartet ja teresa auf uns und die lady grey na wollen wir mal sehen sie kommen steinster bauersto laufen oder teleportieren war teleportieren bisschen schneller oder kommen wir heilen uns mal ein bisschen wir schauen durch die tür durch die tür wo ist das man davon noch nicht kommen gar nicht direkt sich verschollen sonst schwimmt das dinge war schön rum und nein jetzt nicht haben wir die obersten händler 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 aber da sind auch werwürfel ja nö warum das denn okay mach mal tot hat und hat und geschichte ich habe doch gerade gehört hat irgendwie ein hund hier und den nächsten abgehauen die feige ist auch abgehauen der kommt auch wieder der kommt wieder 100 pro kommt der bier da ist er nein ich will den scheiß werwürfel der händler ein auto hey feiert mich wollte vielleicht handeln ja wir haben jetzt genug gold vielleicht haben die irgendwas cooles hast denn greifen tätowierung ach nee ein tätowierer dann was coole was fällt doch besser nöne wildes meer beintätowierung talleen klar tätowierung da kommt das doppelte auskaufen so noch tätowieren lassen ganz ehrlich ja kein bock wir machen so schnell zu gilde verbessern und dann können wir uns auf bauern und teleportiert laufen und der wolf bis wir da sind während folge 300 und wenn ich angekommen bei einigen quest könnt ihr großtaten vorbringen ja ja stimmt das haben wir noch gar nicht gemacht die in direkten zusammenhang mit dem quest stehen ja das ist natürlich sehr praktisch wenn ihr der großart gerecht werdet was auf eine wette hinausläuft wird eure belohnung für den quest größer wenn ich dann sind wir am arsch und haben alles verloren oder was keine ahnung es war leider schon vorbei so rein da rein da rein da rein da rein da ist hier los kann aber auch 45.000 also wir haben wir gar nicht ich dachte jetzt ich habe jetzt vor die budd und kaufe einfach alles aber nö wir haben auch noch gesundheit zähigkeit von mir alter das ist ja von hart tja tempostufe 2 ich weiß nicht was er bringt aber kauft man was die genauigkeit kraft man auch mal ein bisschen was hier so dhüttdhüttdhüttdhüttdhütthütthüttdhüttt das war jetzt aber teuer das hätte ich wirklich kommen will licht stufe 2 werde ein besserer händler und erwerb verbesserte handelsfähigkeiten ok kaufen wir kaufen wir doch das nö das ist nochmal ee so jetzt haben wir auch fast unsere ganzen 50.000 punkte lieber fast kompett hatten wir ausgeben sehr schön so muss das laufen Ihr seid jetzt verstohlen genug, das Ausdrucksmittel stehlen zu benutzen. Wir können jetzt klauen, Alter. Was viel cool ist das denn? Ausdrucksmittel stehlen? Klauen. Sag doch einfach. Wir können jetzt klauen, Maze. Mein Gott, dass wir mal so drum herum reden. So, Südbauer Stone. Ja, wir müssen nach Nordbauer Stone. Aber das passt doch. Teleportieren. Hindern. 1, 2, 3, Abmarsch. Dämonentüren sind dazu da, allerlei Geheimnisse zu hüten. Wenn ihr eine Dämonentür zufriedenstellen könnt, lässt sie euch vielleicht ein. Ja, einmal konnten wir ja schon. Wir haben ja Hits, den Namen herausgefunden und der haben sie dadurch reingelassen. So, Wache. Komm an ein vorbei, ja an ein vorbei. Ja, wunderbar. Herrlich, herrlich, dass du das kommst. So, wir kommen jetzt nach Nordbauer Stone. Das sind die Fragen. Ich glaube, wir sollten lieber durch das Tor. So, weiter, 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 weiter. Jetzt sind wir aber da. Ist das wirklich richtig? Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Hm, 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 hm. Ja, angeblich sagt das Ding da, aber... Es gibt doch gar keinen Sinn. Wir wollen auch nach Nordbauer Stone. Karte. Warte mal, Quest. So. Wir haben diese. Wir haben diese. Da war eine goldene, ne? Grey House. Habe ich gerade gesehen. Da, müssen wir hin. Das ist ja gar nicht Nordbauer Stone. Was erzählen die denn? Ja, da müssen wir... Bei Bobo Fields müssen wir uns teleportieren. Oh, wieder zurück. Voll ätzend. Spielt ein Noob. Seht ihr Noob. So einfach läuft das. Tja. Nur wenn man 30 Millionen hat, heißt das nicht, dass man von Steuern hinterziehen muss. Da kann euch einer jetzt ein Lieg von sich. So, rein, ne? Äh, jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist der nächste Teleportpunkt für uns? Der da. Und Hinder. Jetzt sind wir da noch endlich richtig. So. Barrow Fields. Im Laufe der Zeit erinnert sich eure Erscheinung und spiegelt die Veränderung wieder. Ebenso die Reaktion anderer Personen. Ja, wahrscheinlich auf euch oder so. Keine Ahnung. Ja, wenn wir richtig aussehen wie Chuck Norris, ne? Und behaart sind wie Mr. T. Ja, dann klar sagen die nicht, oh, du siehst aber gepflegt aus. Oh, ein kleiner Freund. Haus der Familie Grey. Frau Grey Grey. Aha, kommen Sie doch herein und besuchen Sie mich. Ich bin Frau Grey. Oh, Theresa. Unsere Schwester. Hast Messerjack also endlich getroffen? Ich traf ihn ja schon vor langer Zeit. Als er unser Haus niederbrannte und mir die Augen ausstach. Was, er war das? Er hat nicht gelogen, als er zu wissen behauptete, wo Mutter ist. Seit dem Überfall hat er sie im Bargate-Gefängnis eingesperrt. Ich konnte nicht reingelangen, aber der Archäologe kennt einen alten Geheingang. Du hast ihn schon getroffen, nicht? Jacks Kreaturen sind noch hinter ihm her. Genau wie hinter mir. Dann müssen wir also den Archäologen wiederfinden. Nein, und wir haben ihn noch befreit. Ich kann nicht länger bleiben. Ich habe die Einzelheiten auf einer Questkarte in der Gilde gelassen. Du musst Mutter rausholen. Nur sie weiß, wie man das Schwert bekommt. Hast du das Buch gelesen, das ich dir geschickt habe? Das Schwert ist alles und könnte die Welt in nichts verwandeln. Ja, ich wollte es lesen, aber ging nicht. Und Mutter hat auch ein Geschenk für dich. Mehr Kraft, als du dir vorstellen kannst. Schön. Wir sollen in der Gilde nach weiteren Quests suchen. Ja, dann machen wir. Ach so, warte mal. Kann man hier vielleicht reingehen? Wenn wir schon mal hier sind? Ja, da ist eine Truhe. Oh, oh. Warum welcher Weg an der Tür ist so rot? Untote. Die schlachten einfach alle ab. Nein, der hat mich geschlagen. Du Penner. Was verlaubst du dir eigentlich? Was denken sie, wer du bist? Hart, knack und pumm und zu Mehl und alle scheiße hier. So, alle tot. Alle tot. Dadurch, dass die Leichen waren, sind sie jetzt vielleicht sogar noch toter als tot. Wer weiß. Ich habe gehört, man munkelt, das sei es. So. Da ist ja noch eine Truhe. Nee. Truhe. Na, was haben wir da drin? Ja, schöne. Ein Rubin. Ach, wie schön. Ein Rubin. Oh, das ist noch eine Truhe. Oh, dafür brauchen wir mal zehn Silberschlüssel. Oh man, wir haben gerade mal zwei oder so. Vollessen. Immer wenn wir Truhen sehen, können wir sie nicht aufmachen, weil wir nicht genug Silberschlüssel haben. Wir brauchen davon mal ein paar. So, das Ding hat ja gerade so komisch geleuchtet. Auf dem Grab steht, Ich war vor euch am Ziel. Aha. Und jetzt? Was willst du uns damit jetzt sagen? Hä? 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 Vergasung, ey. Boah, der. Oh, der strich der immer noch. Hm. Schön, der Roma. So ein bisschen Mischung aus. Ich würde sagen, verfaultem Ei und verwestem Tier. Oh, ganz angenehm. Wer lacht denn hier so? Ja, was sind ihr für welche? Ich kann doch nicht angreifen. doch knack knack da sitzt es welche ich würde sagen gut aber irgendwie hat die komisch ich kann nicht töten okay mal gucken was sie die mundtülle sind nicht zugelassen ihr braucht eine schicke mit titel okay wir brauchen die heiße brauche sie auch noch ein titel hat damit die dämonen reinlassen ja geht klar schnell weg 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 schon auf lauf 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 ja wir sollten ja zur g die wieder um unsere quest anzunehmen ja da müssen wir mal stehen ich laufe nur blöd rum ja das ist ja nicht zu gebrauchen so schnell das elendige vieh ist doch nicht abgehauen ist wieder zurück ich habe doch gewusst es mag uns ja okay vielleicht doch nicht so kräfte annehmen das haben wir schön ist rettet den archäologen juli war verwirrte händler geld belohnen geld um 5.000 7.000 und ich will mal sagen so quest übernehmen quest übernehmen quest übernehmen damit haben alle angenommen jetzt müssen wir rettung des archäologen ja ich würde sagen die machen als erstes aber wuchs ja das ist sie nie doch mal glaube er ist gold na wisst ihr also quest so wie ja einer reisung afbauer somos Guru um und dann hätten wir den kleinen schlau bern mal in was für schwierig der auch immer mal wieder stecken mag kallistore finden sich an verschiedenen stellen der welt nach ihrer entdeckung werden sie automatisch aktiviert von da an könnt ihr mit hilfe eures gegensieges oder eines anderen kallistores innerhalb weniger augenblicke dort hinreisen sehr schön so muss das sein wir müssen 100 früher lang soll ich mich oben von sie bauern hallo ja ihr seid bekannt genug um einzutreten dankeschön sehr freundliche stadtwache wir sind bekannt genug um durchgehen zu dürfen ach nordbauer stone da wollten wir doch auch in das passt ja das passt ja wo ist der archäologe willkommen in nordbauer stone o held dies ist ein ruhiger distrikt und es soll auch so bleiben bei unzivilisiertem verhalten landet man hier schnell in unserer arrestzelle wir haben jetzt einen wirrplappernden irren dort aber der macht es nicht mehr lange wenn ihr versteht was ich meine nun denn lady grey wünscht euch zu sprechen ihr findet ihre gnaden im garten vor ihrem anwesen das ist eine große ehre sogar für einen helden also benehmt euch machen wir sowieso mit lady grey also kurz quatschen okay dann gehen wir mal direkt zu ihnen ja machen vielleicht hat die auch informationen wo wir den archäologe bauern hallo gefängnis na ja wenigstens nicht als insasse ja okay wir haben auch keine 27 halb million stunden unterzogen also und da haben wir uns noch keine gedanken machen drei jahre und sechs monate schön einwandern und die gitter von hinten sehen es waren zu viele wir hatten wirklich keine chance gar keine haben sich den archäologen geschnappt und dort auf den hügel verschleppt sie mit dem vorhaben aber ich wette es wird nicht lustig für ihn ja was ist er denn für einer ihr müsst ihn retten schnell es bleibt nicht viel zeit ja okay die da kein besiegen archäologen ok aber was ist er denn da für einer habe ich ja noch nie haben wir da haben wir da haben wir drauf was ich für einen weh erst mal ein lust nein wir sind ihnen drauf weil wir sind ihnen drauf die über drei mal überhaupt nicht die lage die vier hier ja mich auch das interessiert auch kein dass es mich erwischt hat ihr werdet mich verreiken lassen hier hänner echt knackt er ist tot ich gebe euch rückendeckung das kann sie mit fein und bogen hier hat er hält aber gut was aussehen ok das war's das ist ruhe mitnehmen 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 so durchdringlich durchdringungsverstärkung auch hier zum multiplikator noch höher zu bekommen ja meis machen wir versuchen es ja die kam aber auch wie nichts hier überall raus hart 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 immer drauf wer immer drauf was soll der scheiß was soll der scheiß trefft noch mal junge bist du nicht für ein weicher hier so haben wir dich aber nicht gemacht dass du so eine schwachstrahlströer bis hier da kommen schon komm schon der ist so hässlich wie die nacht der wir uns noch besiegen können komm dann halt so so knack 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 noch mal hier ein bisschen rums hat es gemacht da in der hütte hat der typ schöner auf den sack bekommen scheriff schneuzer sehr schön ja wir haben frisur gefunden können wir schön barb machen das hat auch tot 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 die vier sind die besten vier und doch doch aber schön ist da eben holz langen wo sie macht er mehr schaden als unser weiß ich nicht finden wir später heraus so ist noch umlaufen hier drin 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 windmühlenhügel sehr spannend was uns da wohl erwartet hat eine barriere errichtet ihr müsst ihn töten um sie zu beseitigen ok wir müssen den kein herr bei rufer töten die barriere zu zerstören ok 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 hey was bist du für einer ich hoffe du scheiß mich zu schlagen sterben lieber ich bin das gar nicht witzig was du hier abziehst für die scheiße und du auch nicht hier pass jetzt davon drauf 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 dann gibt es mal hier magie und guck mal die fresse aber das schwer nachdem gesagt wie das geht denn es immer so nach machen würde ist, ey, du Idiot. Oh, nicht schon wieder. Oh. Komm her, kriegste. Kriegste, kriegste. Ey. Das war nicht her von dir. Ey, hör mal auf damit. Hör mal, mich zu schlagen. Fall lieber um. Wer das kennt dir, dass du einfach umkippst? Ja, dann folg mir mal. Mein Gott. Blabert nur, der Typ. Oh, schon wieder, ey. Los, genau. Haut auf, da. Haut auf den. Haut auf den drauf. Helft mir doch mal. Bist du ein Vereiner? Okay, wir visieren die Truhe an. Ist auch sehr schön. Sehr hilfreich, sehr hilfreich. Ich folge euch nach. Hier ist noch ein Wächter. Oh, den können wir helfen. Dann haben wir noch einen Kameraden hier. Okay, wir müssen den irgendwie wegkriegen von dem Wächter. Der Wächter ist sofort tot. Komm, 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 komm. Drauf da, drauf da. Okay, ein Wächter ist schon mal Geschichte. Oh, schnell, Hein. Oh, sind wir auch gleich Geschichte. Oh, da haben wir aber Schweinen gehabt, ne? Zum Glück hat ein Mace uns das gedacht. Oh, wir haben eine Möhre gefunden. Als wären wir ein Kaninchen, ey. So, kommt jetzt endlich dieser Barrieremacher da, der Idiot. Oh, nee. Ja, dann schnappt jemand. Junge, haut doch zu dann, haut doch zu. Du stehst ja nur. Hau zu, haut zu. Oh, jetzt hat er noch einer. Naja, wenn er da so schön stehen bleibt, ist er freundlich. Du könntest Heilung gebrauchen. Ich heile dich aber nicht. Ich kann es knicken. So, jetzt können wir den angreifen, endlich. Ja, dann schnappt man zu. Dann macht man. So, wenn der gekehrt ist, ist die Barriere offen. Und dann können wir endlich zu dem Archäologen hoffen sehen. Die Barriere ist gefallen. Geh rasch durch und rette den Archäologen. Die Barriere ist gefallen. Ja, dann können wir jetzt den Archäologen retten. Oh, 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 hier ist nichts drin. Man heizt Mord, du kriegst von mir keine Heilung, ey. Wenn du drauf gehst, gehst du drauf. Du machst sowieso nichts, Alter. So, die Barriere ist gefallen. Der Weg in die Höhle ist offen. Aber was uns in der Höhle erwartet, sehen wir in der nächsten Folge von Fable. Ja, wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir haben Theresa gefunden, haben mit ihr gesprochen. Aber eigentlich hat die uns nur weitergestellt. Und zwar erst mal ins Gildenquartier. Dann haben wir die Quest angenommen. Und jetzt sind wir auf der Suche. Oder besser gesagt, wollen den Archäologen retten, der wieder von Lakaien angegriffen wird. von Messerjack. Und wir räumen die alle weg. Was uns in der Höhle erwartet? Hm, mal sehen, ey. Keine Ahnung. Aber ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Und der Archäologe lebt noch. Denn nur der, so wie es aussieht, kann uns sagen, wie wir unsere Mutter finden. Und damit retten. Aber naja. Das alles und mehr sehen wir in der nächsten Folge von Fable Anniversary. Ich bin Jardy. Haut rein. Ciao. Ciao.